Ich laufe nicht von mir weg, ja? Ja, ich laufe nicht weg, ich geh jetzt zu der Chess hier. Ich geh jetzt zu der Chess hier. Ich geh jetzt zu der Chess hier. Angela, spiel nach Scheiße! I have a big one! Ich hab sogar zwei big ones gemacht, aber ich weiß nicht. I have a big one! I have a big one! Ah, jetzt heißt ich... Ey, Magid ist online bei mir. Ich lade ihn ein. Ich lade ihn ein. Bitte hör auf zu sehen! Gläser gehen kaputt, Alter! Ich laufe nicht. Was ich laufe nicht? Bei dir zu Hause. Ey, lass mal kämpfen auf Top Arschloch. Top Arschloch. Ja. Das will ich auch so. Thomas, Digga, ich do mit dem Holz. Digga, ich to mit dem Holz. Ich do mit dem Holz. Ich do mit dem Holz. Das Holz tut mir nicht. Ich do mit dem Holz. Ich do mit dem Holz. Ich do mit dem Holz. Digga, ich do mit dem Holz. ich bin mit dem holz plan ich bin mit dem holz guck zu sagen wai 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 komm wir fliegen nicht wai 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 geelparador sei 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 ich muss doch verweilet ich werde es nicht ey komm doch her digger ich komme doch genau geelparador sei wir izin weg we emp we Creo es isn we we from pascha und Das macht einen Reis einen Schaaf rein und lebt geme. Ich mache einen Schaaf, aber den Schaaf ist doch zu. Herr Schaaf! was man hier ja man bekommt ich glaube da steht immer top 8 top 8 kann eine tik tok ausmachen Jetzt sehen wir gerade störende Videos, Menschen. Was ist los, ich schwöre. Ey, muss doch schon mal mit zu. Muss doch schon mal mit zu. Muss doch schon mal mit zu. Er andersrum soll nicht sein. Muss doch schon mal mit zu. Ich guck gerade mit den Gegners. Oha, wir müssen leise sein. Mein Gegner sind hier. Ich schwöre, ich habe Machen. Digga, bist du dumm? Ja, ist ja Spaß. Ich komme die ganze Zeit auf R2. Ja, okay, ich guck dir zu. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, geil. Scheiße, der hat davor so ein Bild gemacht. Ich weiß. Nein. Muss davor, muss es egal auf das Netz gehen. Ich sehe schon, Mustafa so heute Abend so. Geil auch, das ist ein geiler Arsch. Ja. Was laberst du? Was sagst du doch jeden Tag, hä? Digga, mach mal zu, Digga, zum Zählen. Hallo. Wir sind in der Welt eine Fortein-Klan. Was war's? Digga, kannst du damit aufhören, ey, satt. Er macht's auch noch weiter, Junge. Ey, Bro, wir müssen früh rotieren. Ja, ich hoopste gar nicht. Ich will, was sollen hier drücken. Oh, ne. Es ist einer von meinen Freunden. Bro, lass auf Werk hier rotieren. Ja, ok, komm. Was ist rotieren? Digga, musst du vor allem dummst du bitte dumm. Ja. Ich will adam. Digga, bleibt doch nicht stehen! Mach doch nicht wie Marlon. Ich will den Kippi! jetzt sagt mal was ist denn so weit eben in der party war und deswegen das hallo 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 ja bist du cool also in der kohle und den so ein auf ihres die haben moschee gebaut bravo die haben wir schon so ich komme ich komme ich komme ey komm ich das sind die bot von catty corner wo darf ich in die kohle er kommt kommt doch auch also ja okay er braucht er auch okay warte lassen dafür machen wo ich bin und das gibt es um wo also bei acht teams bei acht trios müssen wir punkte bekommen aber ja aber wo die zone oder wollen wir uns auf die garage rotieren das wollen wir probieren hier so hier so berg meinst du hier ja da ja hier so kommt mit mir mit aber chill die bots die beiden von oben dings an ja ein bisschen bauen und soja ja was soll ich machen 3 gegen 1 es hat auf ehrenlos basis ich bin in die toilette gegangen und dann muss ich zurück zu wohnen toilette gegangen pass auf da unten wo ich gestorben bin sieht welche das ist ein juli er hat dich an dem sommer versuch dich eins zu boxen und einfach ane gleich versuch dich eins zu boxen und dann ich bin er kommt er alles er 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 Du hast gesehen, die haben mir keinen Schuss gegeben. Oh, sorry, ich kann den Katz gar nicht sehen. Ja, alles gut, alles gut. Wir haben Placement. Wir sind eh deine gute Lände. Jetzt hätte ich mich keinen Schuss holen. Ich glaube, das wäre Free-Rotation jetzt. Ich warte schon, ich warte bis die bei mir total abgelenkt ist. Also ich kann mich selbst fokussieren. Ich muss den Apius sein. Ich muss den Apius sein. Ich warte bis die bei mir total abgelenkt ist. Der Camper, mein Handy. Du bist ein Camper, die Fresse, Mann. Die Fresse, du bist Katuffel, ich die Fresse. Ich sag dir, hier sind welche, hier sind welche. Wenn ich einmal hier rotieren will, könnte er in einem... Man kennt Esa, der nur am Campen ist. Man kennt ihn. So, wer kämpft noch nicht? Mongral kämpft auch. Ja was? Ja. Ey, was ist das, Bruder? Verkackt. RIP! 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 Nein! Ja Zone kommt weit und Gegner lasern dich gleich. Fokus auf! Fokus auf! Fokus auf! Fokus auf! Fokus auf! Der kürzt dich nicht! Warum schaust du? Was machst du? Hände du ruhen. Ergänst mich nicht mehr, sich mit dem Klid. Heide Parallel, weil das schon heiß ist. ich bin ja wo ich habe nicht mehr ich muss ein nicht jetzt gucken wir groß ist groß ist wieder die und mir gar nicht steckt man ich glaube jetzt kann ich so steckt sind nur noch zwei trios und du ein solo ja es wird ich sterben safe wenn du runterholst ich kauf die psm wenn du runterholst ich kauf die psm wenn du wenn du verlierst dann kaufstehen ist safe der schmutz so der war genau alles ich finde ich von da wenn er die jetzt die drei holt der gewolle im kreis da wird er hat mich hier nicht ich meine nur ja das ist die angeblich die in ich habe über 100 punkte geholt egal schade sonst hätte ich weggegeben ich mache ich mache ich mache ich kann zu zeigen wie das geht Aboa Ich weiß wie das geht EY WER BISST DU ICH? Aboa 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 Ich glaub der ist richtig Ja, der ist richtig Deutscher Aber richtig so hochdeutsch Wer? Ja du? Wo? Nein Wer bist du? Kannst du nicht, glaub ich Kein Ahnung von der Niklas Imbert Niklas Keller oder was? Ah Ja? Der Aura Ach egal Bäh I don't give up Sigma B Ich weiß wie sie das Ja ich wollte hingehen nennen Ich mach einfach echten Namen Aboa Aboa Moa Du 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 Boah Boah Kitte Böe Ich mach jetzt Boah Nicht so viele Nein, das ist scheiße. Das aber kreativ spielt. Nein, wir wollen Arena spielen. Mach Gruppe privat. Hey, soll ich eh die Gruppe großschreiben? Ja, sag mal wie das geht. Ich weiß nicht wie das geht. Du musst auf die Epic Games Webseite gehen. Die ID enthält ungenutige Zeichen. Auf Handy, gell? Ja, ja. Lese unterstrich. Mann, verpiss dich! 9 Euro, 10 Euro. So oft ist der Jahr. 10 Euro ich mach. Was? Fortfahren? Aber genau, fuck. Ich muss fucking 10 Euro bezahlen. Einen Scheißdreck mach ich, ne? Wieso Toxic? Ich hab nur 5 Cent und ich soll 10 Euro bezahlen. Einen Scheißdreck, Digga, verpiss dich mal. Hä? Wie kann ich den? Wie kann ich, ähm, hier ändern? Niklas? PSN? Nein, nein, nicht PSN, sondern einfach in Epic. Hä? Du musst geh auf die Epic Webseite. Dann merke dich da an. Du brauchst 2 FA über E-Mail. Aber über E-Mail. Du brauchst mich nicht. Du brauchst mich nicht. Ich hab's nicht mehr gesehen. Sag mal, Digga, ich mach jetzt Lost E-Sel, ne? Da hab ich nicht. Äh, was, nein, was für Lost? Ich mach ein E-Sel, unterstrich E-Sel. Ich hoffe, Digga, ähm, die wissen immer noch, dass ich jetzt bin. Ich hoffe, Digga, ähm, die wissen immer noch, dass ich jetzt bin. Äh, Oh, digga diese zu Compile aus Berlin und kann ja auch beide clayen ausgestattes. Within ganzen Tourki. Kann ich jetzt? das minecraft spiel er spielt heutzutage noch minecraft ich habe mich jetzt angemeldet und da muss ja dann musst du auf allgemein oder ich bin nicht eingespielt wenn ich eingespielt ich bin nicht eingespiel ich bin nicht eingespielt ich muss aber zwei wochen sammeln ja scheiße ja zwei wochen warten wenn du wieder ändern willst ok bo ich heiße jetzt lazy unterstrich den jesus da steht bei mir Anzeigename lazy unterstrich den jesus ja steht bei euch auch von meinem Namen naja das ist dein verspieler Name jetzt ne warte kurz schießt Kuckuck ne bei mir heißt du Dings äh heißt du Ulkmann Mann Digga Epic ja Epic heißt bei mir Ulkmann ja schau mal ich fall auf Druck ich komm wieder rein ich geb nichts nach links ich geb weg oh mein oh mein äh nach breit einfach na warte ey wo ist der bei mir bei mir heisst der immer noch Ghost Essert bei mir heisst der immer noch Ghost Essert das geht das geht das geht du schießt euch diesen Pfarr und es geht HACHI ähm warte ich war's aber ich hab's ja das ist heute dein Gehirn jetzt ich bin nicht eingespielt also ja du bist nicht eingespielt aber ich auch nicht wie viel Box Fight bei du eh zwei oder zwei war nicht Box Fight egal willst du normal wohnen ja ja ok dann normal wohnen ey Jungs mischt euch bitte ein nicht ok wir mischen was ein nicht Digga doch also du bist richtig krass ne Ich bin schlecht wer ich aber ich bin noch schlechter ich hab nur äh ich bin rausgehen was ist das ich bin rausgehen gerade was ist das Hallo ey 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 Niklas ey 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 warte chill sieht meine Skin komm wie jetzt besser aus Niklas ja du glaubst mir also dass die zeit für sein kursen bin sagen ja es war beim prank und ich habe es auch aufgenommen von gestern auch denn im mit eisrecker die ganze schnitzer kommen jetzt meine kind kommen wie jetzt besser aus